Hallo liebe Kinder, ich freue mich, dass ihr alle wieder bei unserer Online-Kinderstunde dabei seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr freut euch schon auf die nächste interessante Geschichte, die es heute wieder geben wird. Aber zum Anfang singen wir erst mal das Lied Die Kinderstunde fängt jetzt an. Die Kinderstunde fängt jetzt an. Fängt jetzt an, fängt jetzt an. Die Kinderstunde fängt jetzt an. Wir freuen uns darauf. Hier hören wir auf Gottes Wort. Auf Gottes Wort, auf Gottes Wort. Hier hören wir auf Gottes Wort. Denn Gott hat uns so lieb. So, liebe Kinder, bevor wir jetzt gleich weitermachen, bete ich erst noch einmal kurz mit uns. Und wisst ihr was? In unserer heutigen Kinderstunde geht es sogar um das Gebet. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Vorher falten wir erst einmal die Hände und schließen die Augen. Lieber Vater, wir danken dir wieder für diesen schönen Tag, den du uns schenkst, Herr. Wir danken dir, dass wir zu dir beten dürfen, Herr. Dass wir mit dir reden dürfen und dass du uns zuhörst, lieber Vater. Bitte segne doch auch diese Kinderstunde und sei du bei uns. Amen. So, liebe Kinder, jetzt habe ich einmal eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich schon mal dafür gedankt, dass wir überhaupt beten dürfen? Weil es ist ja so, wenn wir beten, dann reden wir ja mit Gott persönlich. Und Gott ist ja sehr groß. Er ist allmächtig und allwissend. Das heißt, er kann alles und er weiß auch alles. Und es ist doch auch wirklich schön, mit jemandem zu reden, der alles kann und alles weiß. Und ihm all unsere Sorgen und alles, was uns beschäftigt, sagen zu können. Aber wisst ihr, Kinder, vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr jemandem etwas erzählt und derjenige hört euch gar nicht richtig zu. Ist euch das schon mal passiert bei euren Eltern oder euren Freunden? Das ist kein sehr schönes Gefühl. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Bei Gott ist es nicht so. Gott hört uns immer zu. Er weiß jedes Wort, das wir reden, und ist immer für uns da. Und ich denke, das ist wirklich etwas, wofür wir sehr, sehr dankbar sein können. Dazu passt übrigens auch der Bibelfers, den wir für unsere heutige Kinderstunde haben. Den finden wir nämlich in Psalm 145, Vers 18. Dort steht nämlich, Dazu passt auch noch ein Lied, das wir jetzt einmal zusammen singen werden. Das ist nämlich das Lied Gott ist groß und ich würde mich freuen, wenn ihr zu Hause alle freudig mitsingen würdet. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, Unmöglich ist nichts meinem Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, Unmöglich ist nichts meinem Gott. So liebe Kinder, und weil es wirklich schön ist, dass Gott so groß ist, singen wir das ganze Lied jetzt noch einmal. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, Unmöglich ist nichts meinem Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, Unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Berge sind sein, die Sterne schuf alle der Herr. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, Unmöglich ist nichts meinem Gott. Hallo liebe Kinder, heute möchte ich mit euch über eines der wichtigsten Themen im Leben eines Christen sprechen. Das heutige Thema hat etwas mit dem Vers zu tun, den Raphael uns bereits in der Einleitung aufgesagt hat. Das ist der Vers aus Psalm 145, 18. Dort steht, nah ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Wie findet ihr diesen Vers? Hört er sich nicht etwas rätselhaft an? Den Herrn anrufen? Hat Gott ein Telefon im Himmel? Die meisten von euch werden natürlich wissen, was damit gemeint ist. Den Herrn, also Gott anrufen, meint, zu Gott beten. Und das Gebet ist eines der wichtigsten Dinge im Leben eines Christen. Aber warum eigentlich? Warum sollen wir beten? Was sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Und hört Gott uns? Und erhört Gott unser Gebet? Diese Fragen möchten wir heute gemeinsam beantworten. Vorab möchte ich euch aber eine allgemeine Frage stellen. Wisst ihr eigentlich, wie lange die Menschen schon zu Gott beten? Die Antwort darauf finden wir in der Bibel. Wir alle kennen die ersten Menschen, Adam und Eva und ihre beiden Söhnen, Kain und Abel. Nach Abels Tod bekamen Adam und Eva noch weitere Kinder. Und das erste Kind war ein Sohn. Diesen Sohn nannten sie Seth. Und als Seth erwachsen war, hat auch er geheiratet und auch seine Frau bekam ein Kind. Auch das war ein Sohn gewesen. Und diesen nannte Seth Enosh. Und in 1. Mose 4 wird uns berichtet, dass als der Enosh zur Welt gekommen ist, die Menschen anfingen, den Namen des Herrn anzurufen. Wir sehen also, schon fast zu Beginn der Welt haben die Menschen angefangen, zu Gott zu beten. Und nun zu unserer ersten Frage. Warum sollen wir beten? Wisst ihr, liebe Kinder, diese Frage ist tatsächlich sehr einfach zu beantworten. Warum redet ihr mit euren Eltern oder mit euren Freunden? Naja, weil das eben zu einer guten Beziehung dazugehört. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass eure Eltern nicht ein einziges Wort mit euch reden und euch trotzdem lieb haben? Nein, oder? Genauso ist es mit Gott. Nur mit dem Unterschied, dass Gott uns noch viel mehr liebt, als ein Mensch es tun könnte. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns sterben ließ. Meint ihr nicht, dass Gott da Gemeinschaft mit uns haben möchte? Gott möchte sehr gern mit uns Gemeinschaft haben. Deshalb hat Gott uns doch Menschen erschaffen, damit er jemanden hat, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und dasselbe gilt für uns. Wenn wir zu unserem himmlischen Vater eine gute Beziehung haben möchten, dann müssen wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und die beste Möglichkeit zur Gemeinschaft mit Gott ist das Gebet. Beten ist das Reden mit Gott. Jemand sagte einmal, dass Gott nur ein Gebet weit entfernt ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Gott ist nicht so weit weg, dass man ihn gar nicht erreichen kann. Dass man irgendwie besonders lange rumtelefonieren oder rumsuchen muss, damit man zu Gott kommt. Nein, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Damit hätten wir die erste Frage, warum wir beten sollen, beantwortet. Nun zu unserer zweiten Frage. Was sollen wir beten? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt, Kinder? Was genau ihr eigentlich beten sollt? Wisst ihr, als Jesus auf der Welt gewandelt ist, da hat er viel gebetet. Er hat öffentlich gebetet, das heißt vor anderen Menschen und er hat auch viel alleine gebetet. Und auch das jüdische Volk hat viel gebetet. Das Gebet war für die Juden nicht unbekannt. Aber die Jünger Jesu haben gemerkt, dass Jesus anders betet. Wenn Jesus gebetet hat, dann hat sich das einfach wie ein Gespräch mit seinem himmlischen Vater angehört. Solche Gebete kannten die Jünger gar nicht. Und eines Tages, als Jesus mit seinen Jüngern allein gewesen ist, baten sie ihn, dass er ihnen das Beten beibringt. Daraufhin hat Jesus ein Gebet gesprochen, das auch heute viele Menschen auswendig kennen und auch beten, nämlich das Vaterunser. Das Vaterunser gibt uns ein Beispiel dafür, wie wir beten sollen. Was genau steht denn eigentlich in dem Vaterunser? Das möchten wir uns jetzt einmal anschauen. Gott ist unser Vater. Er hört uns, wie unser Papa uns hört. Und er liebt uns sogar noch mehr, wie unser Vater uns liebt. Geheiligt werde dein Name. Liebe Kinder, denkt daran, dass Gott König ist. Wir müssen ihm auch so begegnen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Wille ist immer gut für uns. Wir brauchen keine Angst vor irgendwas zu haben. Wenn wir beten, lieber Gott, dein Wille geschehe. Gib uns heute unser täglich Brot. Wir dürfen nicht nur für das Essen bitten, sondern auch für Freunde, Gesundheit, gute Noten und für Freude, wenn wir traurig sind. Wir dürfen und müssen Gott auch unbedingt für alles danken, was er uns jeden Tag gibt. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wenn wir etwas getan haben, was nicht in Ordnung war, dürfen wir unseren himmlischen Vater um Vergebung bitten. Aber, liebe Kinder, denk daran, Gott kann dir nur vergeben, wenn du auch anderen vergibst. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Bitte Gott darum, dass er dir hilft, gehorsam, freundlich und fleißig zu sein. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott hört dein Gebet und er erhört dich auch. Manchmal tut Gott anders, als du gebetet hast. Vertraue ihm trotzdem. Gott macht keine Fehler. Mit dem Vaterunser hat Jesus also seinen Jüngern und auch allen anderen Menschen, die jetzt in der Bibel lesen, gezeigt, wie wir beten sollen. Wenn wir möchten, können wir das Vaterunser auswendig lernen und das Vaterunser beten. Wir können natürlich auch das Gebet mit unseren eigenen Worten sprechen. Es kommt Gott nicht auf die Form an. Gott kommt es vielmehr darauf an, wie wir beten. Und das ist unsere nächste Frage. Wie sollen wir beten? Auch hier hat Jesus seinen Jüngern Wegweisung gegeben. Er hat ihnen Hilfestellung gegeben. Zunächst einmal sollten die Jünger nicht beten, um andere Menschen zu beeindrucken. Ich habe euch das ja schon gesagt. Die Juden, die haben auch viel gebetet. Die haben mehrere Gebete am Tag gesprochen. Und so gab es natürlich Menschen in dem jüdischen Volk, die es wirklich ernst meinten und von Herzen gebetet haben. Es gab aber auch welche, die einfach wollten, dass die Menschen sehen, wie besonders gläubig sie sind. Und deshalb sind sie dann in die Synagogen gegangen und haben dort vor anderen Menschen gebetet. Oder die sind sogar mitten auf der Straße stehen geblieben und haben mitten auf der Straße gebetet mit dem Ziel, dass die Menschen sehen, dass sie besonders gläubig sind. Und das hat Jesus nicht gefallen. Denn Jesus sah ja das Herz dieser Menschen. Und solche Gebete können selbstverständlich nicht von Gott erhört werden. Denn Gott kann nur Gebete erhören, die von Herzen gebetet werden. Weiter hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass wenn sie beten, dass sie in ein Zimmer gehen sollen, die Tür schließen sollen und dort alleine beten sollen. Liebe Kinder, das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt nur beten dürft, wenn ihr in euer Zimmer geht und die Tür hinter euch schließt. Vielmehr ist damit gemeint, dass wenn wir beten und wenn wir Andacht machen, dass wir uns einen ruhigen Ort suchen, wo wir konzentriert und ungestört die Bibel lesen können und beten können. Es gibt natürlich auch kurze Gebete, die wir während des Tages sprechen in der Schule oder im Bus. Auch diese Gebete sind selbstverständlich in Ordnung. Es geht einfach nur darum, dass wenn wir uns wirklich stille Zeit suchen mit Gott, dass wir da ungestört sind. Auch hat Jesus den Jüngern gesagt, dass wenn sie beten, sie nicht lange Gebete sprechen sollen, um mit diesen Gebeten Gott zu beeindrucken. Auch das konnte Jesus damals beobachten. Manche Menschen haben besonders lang gebetet und naja, sie haben gedacht, wenn sie besonders lang beten, dann wird Gott sie erhören und ihnen das geben, was sie sich wünschen. Dabei ging es diesen Menschen vielleicht gar nicht so darum, was Gott möchte, sondern es ging ihnen vielmehr darum, dass sie das bekommen, worum sie beten. Und auch das war nicht in Ordnung in Jesu Augen gewesen. Es geht darum, dass wir von Herzen beten und dass wir uns auch fragen, ist es in Ordnung, worum ich eigentlich bete? Selbstverständlich dürfen wir lange Gebete sprechen, solange sie von Herzen kommen. Auch Jesus hat lang gebetet. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus manchmal die ganze Nacht hindurch gebetet hat. Könnt ihr euch das vorstellen, eine ganze Nacht lang beten? Das hat Jesus getan. Aber die Herzenseinstellung von Jesus hat natürlich gepasst. Ja, und jetzt noch die Frage, müssen wir beim Beten die Augen schließen und die Hände falten? Müssen wir uns hinknien, wenn wir beten? Wisst ihr, liebe Kinder, auch hier ist es tatsächlich so, dass es Gott nicht auf das Äußere ankommt. Gott kommt es allein auf das Herz an. Aber manchmal kann uns unsere Körperhaltung dabei helfen, uns auf das Gebet zu konzentrieren. Wenn wir uns zum Beispiel hinknien, dann machen wir uns bewusst, zu wem wir beten. Wir beten zu Gott, wir beten zu unserem Schöpfer, zu dem König. Und mit unserer Körperhaltung zeigen wir auch äußerlich, dass wir Gott ehren. Und wenn wir die Augen schließen und die Hände falten, dann können wir uns einfach besser auf das Gebet konzentrieren. Dann gucken wir nicht durch die Gegend und sind abgelenkt oder hampeln herum und sind dadurch abgelenkt. Wir können uns einfach auf das Gebet konzentrieren. Und auch hier gilt, dass es nicht immer so sein muss. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Weg zur Schule seid mit dem Fahrrad und ihr möchtet noch kurz in euren Gedanken beten. Naja, wenn ihr da die Augen schließt und die Hände faltet, dann kann das Böse enden im Straßenverkehr. Ja, was ich damit sagen möchte, es kommt natürlich immer auf die jeweilige Situation an. Nun sind wir auch schon bei unserer letzten Frage angekommen. Er hört Gott Gebet? Unser Vers sagt, nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Das heißt, wenn wir von ganzem Herzen zu unserem himmlischen Vater beten, dann ist er uns nahe. Und wenn Gott uns nahe ist, dann hört er uns auch. Und dass Gott uns hört, merken wir daran, dass er unsere Gebete erhört. Gott kann auf eine unterschiedliche Art und Weise unsere Gebete erhören und dadurch zu uns reden. Zum Beispiel kann Gott zu uns durch sein Wort reden. Das ist dann der Fall, wenn wir für etwas gebetet haben und die Antwort darauf bekommen wir, indem wir in der Bibel lesen. Gott kann auch durch andere Menschen zu uns reden und uns antworten. Zum Beispiel, wenn wir eine schwierige Situation haben und wir haben Gott um Hilfe gebeten. Dann legt Gott es einem anderen Menschen aufs Herz, mit uns zu sprechen, mit uns über unsere Situation zu sprechen und eine Lösung zu finden. Gott kann auch dadurch zu uns reden, dass er uns bestimmte Gedanken gibt. Auch hier, wenn wir nicht in einer Situation nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen und wir beten und bitten Gott, dass er uns doch bitte hilft. Und nach dem Gebet bekommen wir auf einmal den richtigen Gedanken, wie wir uns verhalten sollen. Und davor haben wir noch überhaupt gar nicht daran gedacht. Auch dadurch kann Gott zu uns reden. Natürlich kann Gott auch so direkt mit uns reden. Ich meine damit, dass wir einfach Gottes Stimme hören. Auch das ist möglich. Das passiert heute nicht so oft. Aber ich bin mir sicher, dass Menschen tatsächlich erleben, dass Gott direkt zu ihnen spricht. Wir sehen also, unser Gebet erreicht Gottes Ohr. Und passend zu unserem heutigen Thema möchte ich euch von einem Mann erzählen, der sehr, sehr, sehr viel in seinem Leben gebetet hat und der sehr viele Gebetserhörungen erlebt hat. Das ist der Mann Georg Müller. Manche haben vielleicht schon von ihm gehört. Er hat ein wirklich bemerkenswertes Leben gehabt und sehr viel von Gott bekommen, weil er Gott im Gebet darum gebeten hat. Ich hoffe, die Geschichte wird euch gefallen. Georg Müller wurde am 27. September 1805 in Kropenstedt in Deutschland geboren. Als Georg Müller 24 Jahre alt war, ging er nach England, um dort als Missionar zu arbeiten. Nachdem er einige Jahre an mehreren Orten in England als Prediger gearbeitet hat, zog er in die englische Stadt Bristol. Hier bot sich Georg Müller immer wieder ein trauriges Bild. Waisenkinder, die auf den Straßen der Stadt lebten. Es waren so viele, dass man sie gar nicht hätte zählen können. Mit kaputten Kleidern, schmutzigen Haaren und hungrigen Blicken liefen sie durch die Straßen. Manche von ihnen sprachen die Passanten an und bettelten um etwas Geld, um sich etwas zum Essen kaufen zu können. Andere schlichen umher und stahlen den Leuten hier und da etwas aus der Jackentasche, was sie später für etwas Essbares eintauschen konnten. Dritte versuchten, eine kleine Arbeit zu finden, wie zum Beispiel, den Fußboden vor einem der Geschäfte zu fegen oder Zeitungen an den Straßenecken zu verkaufen, um sich so ein Leib Brot und ein Stück Käse zu verdienen, was sie dann mit ihren jüngeren Geschwistern teilen konnten. Kinder sollten nicht auf der Straße leben. Aber in ganz England gab es zu der damaligen Zeit kaum mehr als zehn Waisenhäuser und keines davon befand sich in Bristol. Und selbst wenn sich dort eins befunden hätte, so hätten die meisten der Straßenkinder dort doch keinen Platz bekommen. Einen Platz im Waisenhaus bekam man nur, wenn man von vornehmen Leuten weiterempfohlen wurde oder wenn man Geld besaß und sich ein lebenslanges Bleiberecht in einem der Waisenhäuser kaufen konnte. Die meisten der Waisenkinder hatten aber weder das eine noch das andere. Ihre verstorbenen Eltern waren ganz normale Arbeiter gewesen, die zu Lebzeiten nicht viel Geld besaßen. Eine weitere Bedingung war die, dass die Eltern des Waisenkindes vornehme und gebildete Leute gewesen sein mussten. Der Papa musste zum Beispiel zu Lebzeiten ein Offizier oder ein Prediger gewesen sein oder einen anderen wichtigen Beruf ausgeübt haben, damit sein Kind in einem Waisenhaus aufwachsen durfte. Das alles führte dazu, dass den meisten Kindern gar nichts anderes übrig blieb, als auf den Straßen zu leben. Das Leid der Kinder beschäftigte Georg Müller sehr. Er verspürte den tiefen Wunsch, diesen Kindern zu helfen. Aber es waren so viele und er und seine Ehefrau Mary waren ganz allein. Immer wieder dachte er an seine eigene Erfahrung, die er als junger Mann gemacht hat. Er hatte einen Vater und war somit kein Weise. Aber als Student hat er einmal zwei Monate lang in einem Waisenhaus in Deutschland gewohnt. Dieses Erlebnis hatte Georg Müller nicht vergessen. Ach, wenn die Kinder von Bristol doch auch ein Waisenhaus hätten. Georg Müller hat als junger Mann Jesus Christus kennengelernt und diente jetzt seinem Gott. Immer wieder betete er und fragte Gott im Gebet, ob nicht er mit Gottes Hilfe ein Waisenhaus für die Kinder von Bristol errichten sollte. Nach vielem Beten war Georg Müller überzeugt, Gott will, dass ich mit seiner Hilfe ein Waisenhaus für die Straßenkinder errichte. Das Leid der Straßenkinder war aber nicht der einzige Grund für Müllers Wunsch nach einem Waisenhaus. Mit der Errichtung eines Waisenhauses wollte er der Welt zeigen, dass es Gott wirklich gibt. Oft traf Georg Müller müde und traurige Christen, dessen Leben so gar nicht zu den Worten in der Bibel zu passen schien. Seine Mitchristen schienen das Vertrauen in Gott verloren zu haben. Mit der Errichtung des Waisenhauses wollte Müller einen sichtbaren Beweis dafür schaffen, dass unser Gott und Vater derselbe treue Gott ist, der er immer war. Georg Müller ging ein Abenteuer ein und dies war seine Idee. Wenn ich, ein armer Mann, nur durch Gebet und Glauben und ohne einen einzigen Menschen um etwas zu bitten, die Mittel für den Bau und die Erhaltung eines Waisenhauses bekomme, so wird das eine Ermutigung für meine Mitchristen und für die Ungläubigen ein Beweis dafür sein, dass es Gott wirklich gibt. Dann wird jeder sehen, dass Gott immer noch treu ist und Gebete erhört. Und so lautete an einem Abend Anfang Dezember 1835 das erste Gebet von Georg Müller für das Waisenhaus wie folgt. Lieber Gott, willst du bitte die Grünstücke zur Verfügung stellen, dazu 1000 Pfund und geeignete Mitarbeiter, die für die Kinder sorgen können? Am 7. Dezember, also einige Tage nach seinem Gebet, bekam Georg Müller den ersten Schilling für das Waisenhaus. Danach erhielt er einen weiteren Schilling. Am 9. Dezember bekam Georg Müller das erste Möbelstück für das Waisenhaus geschenkt, einen großen Kleiderschrank. Am selben Tag sprach Georg Müller in seiner Kirchengemeinde über sein Vorhaben und erklärte die Regeln für das zukünftige Waisenhaus. Das Waisenhaus wird nur errichtet, wenn Gott alles Notwendige und die geeigneten Mitarbeiter schenkt. Gott kann seine Leute in jedem Teil der Welt beeinflussen und für das Waisenhaus gebrauchen. Ich verlasse mich nicht auf Bristol, nicht einmal auf England, sondern auf den lebendigen Gott, dem das Gold und Silber gehört. Unter keinen Umständen, fuhr Georg Müller fort, wird bei irgendjemandem je um Geld oder andere Dinge für das Waisenhaus gebeten. Alle Mitarbeiter, ob Lehrer, Erzieher oder Helfer, müssen Christen sein und eine entsprechende Ausbildung haben. Georg Müller fuhr in seiner Rede fort. Für die Kinder wird es keine Aufnahmegebühr geben. Sie werden kostenlos im Waisenhaus leben dürfen. Auch wird es egal sein, ob ihre Eltern vornehmer oder einfache Leute gewesen sind. Die Hauptaufgabe des Waisenhauses wird es sein, die Kinder mit Jesus Christus unter dem Wort Gottes bekannt zu machen. Nachdem Georg Müller seine Rede beendet hatte, bekam er weitere zehn Schillinge und eine Frau bot sich an, bei der Arbeit im Waisenhaus zu helfen. Glücklich ging Georg Müller an diesem Abend nach Hause. Am nächsten Tag erhielt Müller einen Brief von einem Ehepaar. In diesem teilten sie ihm mit, dass sie gerne in dem Waisenhaus arbeiten würden. Sie wollten ganz ins Waisenhaus ziehen und ihre Möbel und andere Haushaltsgegenstände zur Verfügung stellen. Am Abend desselben Tages bekamen Georg Müller und seine Familie einen Besuch von seinem Freund, der ihnen 28 Teller, drei Waschschüsseln, eine Kanne, vier Becher und fünf Gabeln brachte. Lieber Gott, bitte gib mir weitere Beweise dafür, dass du für das Waisenhaus bist, betete Georg Müller am nächsten Tag. Noch während Georg Müller auf seinen Knien stand, lieferte jemand drei Schüsseln, zwölf Teller, eine Waschschüssel und eine Wolldecke. Danke, lieber Vater, bitte gib mir heute noch mehr Ermutigungen, betete Georg Müller. Später, am selben Tag, bekam Georg Müller von einer Person, die unbekannt bleiben wollte, 50 Pfund. Georg Müller betete noch einmal, Lieber Vater, ich wage es, dich um noch mehr Beweise deiner Gnade an diesem Tag zu bitten. Am Abend desselben Tages wurden fast 27 Meter Stoff gebracht und eine Frau bot sich für die Arbeit im Waisenhaus an. Und so ging es weiter. Immer wieder wurden Müller Dinge oder Geld für das Waisenhaus gebracht oder jemand bot sich für die Arbeit an. Ende Dezember kamen so viele Gaben für das Waisenhaus zusammen, dass Georg Müller die Eröffnung eines kleinen Waisenhauses für den Frühling planen konnte. Georg Müller betete für fast jede Einzelheit seiner Pläne. Aber bis jetzt hat er Gott noch gar nicht darum gebeten, Kinder zu senden. Er hat es für selbstverständlich gehalten, dass viele Kinder ein Platz in dem Kinderheim werden haben wollen. Aber Anfang Februar hatte er, obwohl er die Eröffnung eines Waisenhauses bekannt gegeben hatte, noch immer keine Bewerbungen erhalten. Deshalb verbrachte Georg Müller einen ganzen Abend damit, um für Kinder zu beten. Am nächsten Tag kam die erste Bewerbung. Im Frühling konnte Georg Müller ein großes Haus mit einer Terrasse und nicht zu hohen Kosten in der Wilsenstraße 6 mieten und begann es für 30 Kinder einzurichten. Hier sollten Mädchen leben, die sieben Jahre und älter waren. Früher war es üblich, dass Mädchen und Jungen sowohl in den Waisenhäusern als auch in den Schulen getrennt waren. Am 11. April kamen die ersten Mädchen. Sie alle waren ganz schön blass um die Nasenspitze und nervös. Sie hatten bis jetzt nicht viel Gutes erfahren auf den Straßen von Bristol. Wird es jetzt anders sein? Schnell lernten die Kinder, dass Georg Müller keinen Schabernack duldete. Sie lernten aber auch, dass ihr neuer Ziehvater sehr freundlich und ruhig war. Die Arbeit, die vor Müller und seinen Mitarbeitern lag, war gewaltig. Jeden Tag, sieben Tage in der Woche, mussten 30 hungrige Kinder etwas zu essen bekommen. Müller wusste, dass wenn die Kinder jemals hungrig blieben oder schlecht gekleidet wären, das Unehre für seinen Gott bringen würde. Aber Georg Müller war nicht besorgt. Stattdessen vertraute er seinem Gott und betete weiter. Im Herbst desselben Jahres konnte Georg Müller ein weiteres Haus in der Wilsenstraße mieten. Es war das Haus mit der Nummer 1. In diesem Haus lebten die kleinen Waisenkinder, Mädchen und Jungen, die jünger als sieben Jahre alt waren. Das Haus hatte ein Stück grüne Wiese, auf der die Kleinen gerne spielten. Ungefähr ein Jahr später mietete Georg Müller ein weiteres Haus in der Wilsenstraße, das Haus mit der Nummer 5. In diesem Haus wurden alle Waisenjungen aufgenommen, die sieben Jahre oder älter waren. Zum Ende des Jahres waren in den drei Waisenhäusen in der Wilsenstraße insgesamt 81 Kinder und 19 Mitarbeiter. Sie alle mussten versorgt werden und die Regeln blieben dieselben. Weder Georg Müller noch seine Mitarbeiter durften je einen anderen Menschen um Hilfe für das Waisenhaus bitten. Sie alle erbeteten alles von Gott. Gott erhörte ihre Gebete immer pünktlich. Die Hilfe in Form von Geld oder Lebensmitteln oder Kleidern kam immer rechtzeitig. Keinen einzigen Tag mussten die Waisenkinder von Georg Müller Hunger leiden. Sie waren immer versorgt. Der lebendige Gott selbst sorgte für sie. Mit der Zeit baute Georg Müller ein eigenes Waisenhaus für seine Waisenkinder. Dieses Waisenhaus stand auf einem großen Grünstück und bestand aus fünf einzelnen Häusern. Es waren große Häuser, viel größer als die gemieteten Häuser in der Wilsenstraße. Nun konnten noch mehr Kinder aufgenommen werden. Über die vielen Jahre hinweg konnte Georg Müller mit Gottes Hilfe 10.000 Waisenkinder aufnehmen. Georg Müller hat nie einen anderen Menschen um Hilfe gebeten. Seine Hilfe kam allein von Gott, zu dem er jeden Tag betete. Und Gott half. Über die Jahre hinweg hat Gott jedes einzelne Gebet von Georg Müller erhört. Die Geldsumme, die Georg Müller so für das Waisenhaus im Laufe der Zeit bekam, betrug 150 Millionen Euro. Georg Müller konnte beweisen, dass Gott tatsächlich existiert und Gebete erhört. So, liebe Kinder, wie ihr gesehen habt, kann unser Gebet wirklich viel bewirken, wenn wir ernsthaft beten und auch daran glauben, dass Gott uns erhört. Weil nur dann Gott unsere Gebete auch wirklich erhören kann. Ich bete jetzt noch einmal kurz mit uns und dann singen wir noch das Lied zum Abschluss. Lieber Vater, ich danke dir auch wieder für diese schöne Kinderstunde, die wir haben durften, Herr. Ich habe Dank, dass du uns gezeigt hast, wie groß es doch ist, dass wir beten dürfen, Herr, dass wir zu dir beten dürfen und dass du uns doch auch zuhörst, Herr. Ich bitte dich, segne doch die Kinder auch in der kommenden Woche und sei du bei uns allen arm. So, zum Schluss singen wir jetzt noch das Lied Lies die Bibel, bet jeden Tag. Aber vorher möchte ich mich noch mal von euch verabschieden, liebe Kinder. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart und ich hoffe, ihr seid auch wieder bei der nächsten Kinderstunde dabei. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag, Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. wenn du bist. Read your Bible, Pray every day, Pray every day, Pray every day, Read your Bible, Pray every day, If you want to grow If you want to grow If you want to grow Read your Bible, pray every day If you want to grow Read la Biblia y ora cada día Ora cada día, ora cada día Read la Biblia y ora cada día Si quieres crecer Si quieres crecer Si quieres crecer Vela Biblia y ora cada día Si quieres crecer 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 Untertitelung des ZDF, 2020